Am Sonntag fand der FPÖ-Heimatherbst am Simmeringer Engplatz statt. Dabei war auch die freiheitliche Spitze, so hielt etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl eine rund einstündige Rede vor den 800 Besuchern im Festzelt. Auch Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp und Generalsekretär Michael Schnedlitz waren beim Heimatherbst anwesend. Ein ORF-Journalist leistete sich via Plattform X, ehemals Twitter, einen Seitenhieb gegen die Gäste des freiheitlichen Festes und schrieb »Vielen steht die hohe Bildung ins Gesicht geschrieben.« Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp griff das Posting des Radio-Wien-Moderators Hademah Hatschi-Bankhofer Jr. auf und konterte. Was für eine Arroganz, schoss Knepp ebenfalls via Ex zurück und forderte Konsequenzen. Ein ORF-Journalist äußert sich abfällig über 800 Besucher einer FPÖ-Veranstaltung in Wien-Simmering. Diese pauschale menschliche Herabwürdigung muss Konsequenzen haben. Ich fordere eine sofortige Stellungnahme von ORF-Generaldirektor Roland Weismann zu Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp.